hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge level 2 wieder mit den üblichen äh wie sagt man da mitstreiter plebs nein mit den typischen zombies schlechtern des himmels erde ja auf jeden fall geht es hier weiter ja flugzeugfriedhof oder was hier nicht vergessen immer eine facemask tragen zum arten ganz richtig krass sieht das denn er kommt da ok also der rettung sei irgendwie anders aus für mich als zeit schon litt aus irgendwie das war ja richtig geil also irgendwie so eine rettung habe ich mir anders vorgestellt für so ein altes spiel props an den wickler richtig siegeln haben ja komm nicht hoch war schon das war jetzt schon epic epic ist korrektes epic ist korrektes natürlich da steht noch ein flugzeug da ist jemand der redet oder die überlebenden springen aus dem flugzeug mann meint die zombies ja na die überlebende oh das ist kein zombie wow hinter dir funkruf annehmen warte warte ich hey ich liest doch nur vor mach mal ganz halblang hier wo ist denn der funkruf auch dahinten hier hinten noch hier ist money oh 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 das sehe ich was auf uns zukommen hier ist noch medic ich nehme mir granate hier sind noch schmerztabletten ok hier ist noch ein kanister hier sind auch schmerztabletten ich würde sagen ich bin ready so müssen wir reden ich will nicht reden ich bin ready man warte ich heil mich nochmal kurz voll ok franches denk mich von hinten also jo wahrscheinlich können wir ihn volltanken oder wie praktisch kann ich ja mach ok oh lol ok wir sollen zurück zurück betanken ok du bist ja gekommen ja keine zombies easy ja wo wie tanken wir denn die voll ja diese kanister müssen wir finden oder ne glaub ich ne oh lol ich verstehe achso ey mein geschütz ne ist meins du bist so ein Lappen man aha jetzt kommen die zombies ich hab jetzt in ey weg alter so ein Lappen ey oh scheiße ich hab du bist überrannt german hallo oh fuck ah du hast gleich bestraft er klaut nicht ich werde bestraft das ist natürlich sehr geil wir sind ein team nein jockey von links jockey von links jockey von links jockey von links er ist weg gesprungen hinterm alter franches digga oh mein gott hinterm hinterm hier ja ja hier spritzt das blut hier einfach nur noch ein viertel voll erst leute wirst du ihr wisst bescheid ja gib mal schön deckung okay kriege ich schon mit äääähh Minigun schießen ja ich bin unter dir Was war das denn mit dem Geräusch? Oh, leu. Jo, ist down. Ist irgendein Spitter. Rechtseike Elke, wie es. Alter. Lade nach. Ja, kotzt mich echt an. Alter, was macht denn der mit dem Wagen da? Naja, Friendly Fire ist halt real, ne? Ja, aber ich finde, das ist einfach nervig. Das sollte man auch ausstellen können. Naja, ich finde das gut. Jockey! Naja, vor allem, wenn ich Friends die ganze Zeit verballert. Naja, zu einfach denn. Jockey, Jockey, Jockey. Irgendwo bei mir. Ach, da hinten hängt hinten fest. Ach so. Gibt noch gut aus, soweit. Kann ich auch aufs Flugzeug rauf? Bitter. Ja. Oh, du Sackgesicht. Nächste Welle. Lade Nachstellung in einen Helmen! So. Ja. Jockey kommt. Zerborsten. Na gut. Weil es sind auch wieder Gönnjärmin-Wochen, glaube ich. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Lade nach, Leute! Halt ist n' Hunter. Jo, wofür schluckt der denn nicht? Oh, auf'm Flugzeug, ey! Oh, das MG macht schon gut und damage, du, also. Ja, ich weiß. Willst du mal tauschen? Nee. Willst du mal tauschen, wenn du willst? Nee. Wie, was heißt das? Oh, nee, ich bin immer angespuckt. Hinter mir, hinter mir. Ja. Kannst du wieder dran? Ja, bin ja. Das Lündchen brennt, oder? Wow, das ist keiner hingegangen. Ehrlich. Oh, Jockey. Oh. Hank TANKT! Alle am Schreien, Alter. Nein, er kommt zu mir. Wieso zu mir? Warum zu mir? Warum willst du mich? Molly! Oh, fuck me. Du hast mich angezündet, du Sack. Ich hab ihn angezündet. Du hast mich angezündet. Ich hab ihn auch angezündet. Ja, super. Beide. Verteidigstange. Rein, Leute! Wie kommt man da rein? Als ob wir schon rein dürfen. Oh, Alter. Hilfe! 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 Wo? Hinten, hinten! Alter! Alter, stirb doch mal, ey! So, rein da, rein da, rein da! Ohne Zombies! Nice! Oh! Oh, jetzt fahren wir durch diese Flammenbahn. Super geil realistisch, ey! Mein Gott! Und jetzt explodieren wir! Du Stern! Mission fehlgeschlagen. Ja. Macht's gut, ihr Turtle! Ja, jetzt haben wir Flugzeugspiel durchgespielt, oder? Ja, ja. Das war doch schon die letzte Map. Von der Stage. Simulator. Ja, gut. Dann, äh, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Tja. Ey, hallo! Ich hab nur 46 Millionen gebraucht für diese Map, ja? Also, hallo? Ja, du, ich mein, das war jetzt echt nichts, ne? Ja, ich bin ja zweimal gestorben. Einmal, weil mich so ein scheiß, äh, Tank weggeknallt hat. Und einmal... Das war mein Highlight, Alter! Alter, der hat mich aber wirklich weggesteuert. Ey, so eine Faust, so richtig so, bam, ey! Das hab ich echt noch nicht gesehen. Leute, keiner hat Nahkampf gemacht, hast du? Ja. Neue Map, Leute, come on! So, jetzt haben wir die, ähm, vorletzte. Blutsturst, der Wald. Oh, nee, Wald. Oh, Charakter wählen. Ich bin natürlich Billy. Benal. Ready, Leute, ready! I'm a friend, sir. Ready. Wieso wechselst du eigentlich immer? Passt mich doch. Okay. Ja. Wahrscheinlich Gär, oder? Gär, Gär. Ich hab halt, wie gesagt, andere Charaktere, ja, also. Gärd. Beispiel ist bei mir, Kalypse, äh, Kali, ist halt, äh, die, ähm... Sorry. Ja, du bist Zoe, aber bei mir bist du halt die Claire Redfield. Als Person, also, ne? Ne, weiß ich jetzt nicht. Start, oder? Gut, äh, Redfield, äh, Resident Evil 2. Aha, keine Ahnung. Sag mir nüt. Hätte ich aber vielleicht. Blut Harvest. No hope, no clar, no problem. Achso. Da bin ich mal gespannt, ne? Ist die vorletzte, hast du gesagt? Ja. Die vorletzte Map. Was man ja auch mal machen könnte, wäre, einfach mal einmal Survival machen. Ja. Also es gibt noch einen Zusatz-Map, irgendwie, das war Story. Irgendwie, was man spielen kann. Ach, ich weiß nicht, du meinst, ja. Ja, ich weiß. So ein Zusatzinhalt. Oh, wie geil. Es gibt einen Zusatz-Ellung für, äh, Neffler 2, das stimmt. Das Militär soll im Norden ein Schutzgebiet haben. Wir müssen nur den Gleisen folgen. Ja. Nur den Gleisen folgen. Voll voll. Hier in der Axt hier. Mädi. Da ist Geld. Wenn man nur die Gleise folgen, immer sofort... Oh, die Machete. Das stimmt. Naja, das stimmt. Das ist auch in... Ne, ich will jetzt nicht spoilern. Cool, würde ich sagen, let's go, Leute. Guck mal, die haben ihr Geld verbrannt. Ja, das braucht man ja auf der... In der Zeit nicht mehr. Wenn sowas ausdrückt, ist Geld eh wertlos. Luis, alles okay? Damit Essen wird voller. Luis steht einfach so 30 Kilometer weit weg. Der hackt immer, weißt du? Er hat schnell Hack installieren. Er hat so aimt und sofort, weißt du? Also, oh, Zombie. Er sieht halt safe durch die Bäume, ne? Lade nach! Lade nach! Wir sind in den Wäldern! Lade nach! Lade nach! Das könnte von mir aus noch liebliger sein. Ja, genau. Hey, warte mal, Moment mal. Hallo, Hase, hallo. Ey, bleib mal stehen! Oh mein Gott. Direkt beide ausgenutzt, so. Wow, Alter, sagst du, dass du neben dem Charger steht, ey? Hä, das wusste ich gar nicht. Jetzt mach mal halblang hier, du, ja? Ja, wir stehen da alle so im Baum. Ich drehe mich nach rechts, auch wenn man sich da so im Gesicht von einem Charger, Alter. Du, Moin, alles klar? Oh, Luis, Alter, du blöder Penner. Ey, hier, du, jetzt reicht's aber lang. Ja, diese Scheiß-Friendly Fire fuckt mich ab. Immer diese Beleidigung. Hör auf, die Autos zu springen. What? Warum? Ja, wenn die Alarmanlage wieder losgeht. Die blinken nicht. Das siehst du doch nicht. Die, natürlich, die blinken nicht. Das siehst du doch nicht. Das ist ein Tag. Ne, mach ich nicht. Nein, ich spiel so, wie ich will. Ja, okay, dann kannst du auch dagegen, die, äh, dich verteidigen, so wie du willst. Guck. Ich mach's dann auch nicht, ne? Guck. Guck. Die blinken darf man nicht berühren. Obwohl, du darfst sie auch berühren, aber darfst sie nicht anschließen. Zombie, hinterher ist. Wie eine Zielscheibe. Mit den Bällen an, schon wieder. Feuer! Boah. Von hinten, von hinten. 20 Liter Poodle ist ja rausgekommen, ey. Höh! Höh! Hm. Scheiße, ich muss mich mal heilen, ne? Muss nachladen. Boah, ich geh nicht mehr an die Front. Ne? Ne. Ne. Willst du wieder Medikit haben? Oh du, huh! Was ist das? Oh, was sind das? Laser Visier. Laser Visier? Oh. Oh, jetzt hat die so einen Bug mit der, mit der Griffelhand. Habe ich bei dir eine ausgeschreckte Waffe? Oh, eine ausgeschreckte Hand. Oh, das ist ein Schutzraum. Sehr schön. Mit dem redest du? Mit dir? Ich bin nicht bei dir. Oh! Zerberstet. Scheiß Hinterhalt. Schutzraum. Ah, Loch. Er hat uns einfach in der Hinterhalt gelockt, ey. Das war ja toll! Was? Das war unspektakulär. Das war ja toll! Das war jetzt ein Wald, oder was? Das war jetzt, äh, erster, ja, also jetzt, ja. Ich würde sagen, eine Map geht noch in der Folge. Ja. Müsste drin, drin sein. Wahrscheinlich drin, drin. Denn! Also. Na ja, bis zum nächsten Schutzraum, das ist easy. Hey, das hat nichts damit zu tun. So. Nein, das ist jetzt übergreifend. Oh. In allen meinen Lebenslagen, also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich habe mich mal eben kurz. Na, ist immer noch nichts los. Uah! Oh, die haben eine Küche, Mann. Lass doch hier bleiben einfach. Nein. Guck. Cold Drinks. Oh, das ist gar keine Küche, ist im Büro. Lull. Drucker. Auf dem Müsse. Arsch, Drucker, vielen Dank. Molli. Habe ich. Boomer Kotze. Boomer Kotze. Hier gibt's, guck mal, Automaten, die leer sind. Schön. So, dann weiter. Wohl, ah, schon geplündert. Lächerlich. In die Richtung. Durchlöchert. Sehr berstet. Boomer Kotze. Längs. Alter, wie die einfach zum Bärsen gehalt, ne? Wuaah! Pff. Was ist das denn? Feuerball. Wua, 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 wua. Wuaah! Ich hoffe, bei dir brennen sie gut, Upsi. Ich bin oben bei dir. Boomer. Sehr schön. Wuaah! Charter von hinten, Charter von hinten. Wo soll er hin? Was soll er kommen, ey? Wir sind bereit. Da ist er. German, wie es wieder wissen, geht direkt in den Nahkampf. Die Presse mit der Schrollflinte. Bam. Wir sind ja nicht bei Dragon Ball, Alter. Dragon Ball? Hä? Er denkt, er wäre so ein Goku, oder was? Oh, ne Fridge, Alter, wirklich. Oh, die kommt ja hier. Oh, mein Gott. Au, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, die hat nur runtergekommen. Stiert! Wo ist er denn jetzt? Oh, nice, German. Ist weg? Ja, ich bin... Ich habe sie so gerade eben aufgehalten. Wow, shit. Ist das mit der nicht in Ordnung? Ja, ich habe die abgeknallt. Ich leade nach. Doch, aber... So, machen sie sich für den Kampf bereit. Nein. Oh nein. Kommt doch hier rein, kommt doch hier rein und mach die Trap dazu. Easy. Luis bleibt draußen. Der kommt bis vorne gucken. Wollen wir nicht uns zuerst einspielen hier? Jockey, ah, Hilfe, Jockey, Jockey, Hilfe. Ah, 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 ah. Ich warte mal drüber. Oh, German. Hey, Rom, hallo. Ja, ich schieße doch schon. Sorry, lange Leitung. Oh, die kommt von der anderen Seite auch noch. Komm, Schatz, weiter rennen. Oh mein Gott. Meine Nase, ah, meine Nase juckt. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Hoch, oder? Rohrbombe. Da, wo du bist. Hoch, oder? Hoch, oder? Oh, die sind alle Zerberstil geworden. Denk doch mal. Charger noch von unten. Ja, ja, passt, passt, passt. Lass weiter. Oder von vorne, keine Ahnung. Nein. Nein. Ah, ja, Ziel war uns in mir, du. Ich gehe gleich mit der Machete durch hier, ne? Ich glaube, man kann hier runterspringen. Das ist gut, glaube ich nicht. Okay, das war es schon. Das ist halt... Okay. Ist der Lamm aus? Ja. Oh, lol. Hä? Komisch. Muss man hier rausspringen? Ja, wir müssen zugleisen. Na gut, dann... springe ich hier raus, ne? Oder... Ja, mich erst mal. Ja, mach das. Ja, runter. Ja, ich bin unten. Hm. Ja. Ja, cool, okay. Alles klar. Sollten ja in den Gleisen lang, das legen. Hunter. Zombie. Kali. Ah, der ist bei mir, der ist bei mir. Motorraddingens. Motorrad. Was? Kettensäge. Ich will sie. Hb. Oh, hier gibt's Waffen. Ah, naja. Ist auch Moni. Ne, die Scar, die ist echt scheiße. Alter, warum ne Scar? Ich will keine Scar, aber ich muss den nehmen. Hä, wir kommen doch von hier. Hä, what? Weiter. Wir hätten auch direkt, wir hätten auch direkt unterspringen können. Leute, krieg ich hier ernsthaft Schaden? Ja. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Uah. Nein, 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 nein. Luis, Hilfe. Ähm. Luis, Hilfe. Luis. Nicht mich. Luis. Nicht mich. Was macht Karin denn da? Ah, lass mich da. Also, mir geht's gut. Lass mich, sag mal. Ja. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Luis. Ah, alles klar. Ey, wenn Luis es nicht macht, ne? Wir sind am Arsch. Luis, musst du das machen jetzt. Der fliegt jetzt, der fliegt jetzt. Klaue ihn ab. Warte. Jetzt fliegt er. Was war das denn jetzt? Er hat den. Schwache Leistung. Schon gut. Keine Bange. Wir haben es geschafft. Ich bin tot. Ja, wenn du da hängst, was soll ich denn machen? Ja, hä? Da war ein Tank. Was hängst du denn da auch? Ich komme nicht rüber und boxe dich. Warum? Mit einem frechen Mundwerk. Hä? Ich muss leider jetzt Kalli looten. Entschuldigung. Äh. Ja, das. Ah, ich bin wieder. Genau das ist mir auch passiert. So. Würde ich sagen, gehen wir schnell Kalli holen, ne? Hm. Die Kalli. Eine Kettensäge. Ja, die ist jetzt da, ne? Die Lunte brennt. Die Lunte brennt. Das ist gut. Hier kann man auch rein. Bringt aber nichts. Da oben ist so ein... Achso, ne. Oh, ne, du. Knall ab, knall ab, knall ab, knall ab. Ja, bin dabei, bin dabei. Ich habe nur dreier Salben mit der Scheißwaffe. Ich muss nachladen. Boah, dieses Guy ist echt nicht geil, ey. Guck mal. Okay, ich konter, ich konter. Konter. Oh, scheiße, German, bist du ja auch gleich down. Ja, ich weiß. Heil dich mal. Ich habe keine Molly mehr gleich. Na du, da waren es gar, ne? Ja, die haben mich aber getauscht. Achso. Okay, nice, nice, nice. Weiter. So, 34 Schuss noch. Hier oben ist ein AK. AK? Was? Oh, Atta. Ja, Atta? Ja. Ja. Ich gebe mir auch mal die Pillen lieber. So, Kalli, wir haben dich gleich geholt. Juhu. Wo ist sie, ne? So. Sie wird schon schreien. Achso, wir sind sowieso schon in der Safe. Achso. Easy. Ach, der Dank nun. Ja. Louis ist hier, du. Louis, du Momo, komm rein. Ja, dann würde ich sagen, Leute. Also, bis schon wieder zur nächsten Folge. Jo. Ja, wir waren hier alle konzentriert, ey. Und jetzt, tschüss, Louis. Ja, ja. Tschüss. All Louis hat uns echt gerettet, ey. Ja, man ist klar. Ja, aber so haarscharf, weißt du. Wer hätte, hätte der Tank mit einem verpasst, ne? Ich glaube, der wäre weit geflogen, du. Ja. Ja, dann wäre es das gewesen. Louis geizt sich zwei Medis, Alter. Das merke ich mir. Na gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Nächsten Folge. Genau. Geil. Ja. Tschüssi. Ciao.